So an der Fashion Week Liebe ist, dass man in diese Shows geht und die ganzen Looks sind so crazy, also klar, so würde man vermutlich eigentlich nicht auf die Straße gehen, aber wenn du dann in der Show sitzt, denkst du dir so, ihr seht so cool aus. Natürlich auch alles drum herum. Okay, go for it. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Es ist sehr crazy. Auch immer so nice ist an der Fashion Week sind die Goodie Bags. Da ist dann auch immer was von der Show dabei und ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie uns welche schicken, aber tatsächlich kam eine Goodie Bag bei mir an, jetzt auch von der Show und ich liebe es so sehr. Und dann habe ich hier auch meine Freundin gefunden. Was treibt ihr denn mit meiner Goodie Bag Hör mal? Aber sehr nice. Ich habe letztes Mal, also letztes Jahr von der Show, von derselben, habe ich eine richtig nice Bauchtasche gehabt und alter, die trage ich heute noch so gerne. Und Saisonteile, sondern auch nachhaltig in Teile zu investieren, die man halt nicht nur ein, zweimal trägt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und zeige euch auf jeden Fall ein paar Eindrücke jetzt hier in der Story. Ich bin auf jeden Fall.